Halbfinale Nummer 1 am Dienstagabend. Italien gegen Spanien und beide Mannschaften haben durchaus holprige Turnierverläufe hinter sich. Spanien aber hier in den roten Trikots mit einem guten Beginn. Alvaro Morata, Koke, was für ein Pass zu Ferran Torres. In der vierten Minute kann es hier eigentlich schon 0 zu 1 stehen, aber was für eine super Reaktion von Donnarumma, der hier das 0 zu 1 aus Sicht der Italiener verhindern kann. Nach einer halben Stunde dann auch Italien. Sie versteifen sich zunächst auf die Defensive, aber dann wagen sie auch etwas nach vorne. Immobile plötzlich im 16er völlig alleine und der macht das Ding. 31. Minute. 1 zu 0 für Italien. Aus dem Nichts eigentlich dieser Treffer. Aber das dürfte die italienischen Fans relativ wenig interessieren. Spanien die eigentlich bessere Mannschaft im Rückstand. Und vor der Pause noch einmal die in blau gekleideten Italiener. Chiesa über die rechte Seite. Findet in der Mitte Barea. Der legt gleich quer zu Immobile. Im letzten Moment Aspili Cueta dazwischen. So frei darf Immobile eigentlich nicht zum Abschluss kommen, aber es wurde ja nicht bestraft. 1 zu 0 nach 45 Minuten. Italien wurde nach dem Führungstreffer dann deutlich besser und verdiente sich das 1 zu 0 im Nachhinein. Der zweite Durchgang dann mit breiter Brust weiterhin geführt von Italien. Sie ritten auf dieser Welle. Spanien baute ganz schön ab. Giorginio, Barea. Genialer Pass, Ferrati. Aber Unai Simon macht seinem Gegenüber gleich und bringt mal eine gute Parade hier ans Tageslicht. Ist auch etwas Glück dabei, aber macht sich unglaublich groß und verhindert das 2 zu 0. Italien aber war scharf. Ferrati bleibt hängen. Ferrati hat aber dann die Übersicht. Im zweiten Augenblick ist Immobile da. 2 zu 0, 56. Minute. Doppelpack. Ciro, Immobile. Riesenaufgabe nun für Spanien. Gut gemacht. Von der Nummer 17 Italiens. Mit links angenommen, mit rechts unhaltbar abgeschlossen. Und wieder Immobile mit dem Passu Insigne. 3 zu 0 und Feierabend. 62. Minute. Spanien in der Defensive plötzlich wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen. Und gegen ein solch effizientes Italien ist das am Ende dann einfach zu wenig in der Abwehrarbeit. Spanien gab sich aber nicht auf. Noch einmal zumindest der Anschlusstreffer in der 74. Minute. Alvaro Morata spielt eigentlich nicht sein glücklichstes Turnier, aber ackert unermüdlich. Jetzt macht er hier zumindest das 3 zu 1. Aber es sollte nichts mehr sein als Ergebniskosmetik. Es blieb nämlich beim 3 zu 1. Ciro, Immobile mit seinem Doppelpack. Der Mann des Spiels. Italien zieht ins Finale ein. Spanien verabschiedet sich hier in diesem Turnier im Halbfinale. Die Spiels. Die Spiels. Nach. Untertitelung des ZDF, 2020